Heute haben wir als Stargast bei uns Robby Günther Hi Der wird uns ein bisschen was erzählen über Partys, die er aktuell macht über Partys, die er vorhat über seine Ideen und vielleicht noch ein bisschen was von früher und natürlich begrüße ich auch meinen Gastmoderator Torben Hi Olli Willkommen Hi Olli Ja, dann wollen wir einfach mal ganz fett einsteigen Robby Yes Wir waren in letzter Zeit ein, zweimal bei dir mit im Kontor Renaissance, das machst du aktuell? Jede Woche Jede Woche, freitags Erzähl mal, wie bist du ins Konto reingerutscht? Unfreiwillig Wie ist es angelaufen? Super angelaufen Ich habe beim Mr. The Pool Club da gemacht seit Ewigkeiten und da hat man mich mal gefragt vom Konto her ob wir nicht jede Woche das Ding durchziehen wollen mit einem Namen, gleiches Konzept und das wird auch sehr gut werden und da habe ich meinen Partner Patrick der immer bei mir ist haben wir ein neues Team noch zugenommen Kai Neumann und Thomas Asper und den kennt ihr sicherlich alle bei den Bootspartys und Frühclub Pläschelung das ist ein Team für diese Geschichte Jeden Freitag und demnächst im März kommen gute Leute das kriegt ihr aber alles noch mit liebe kleinen Zuschauer Das hört sich ja richtig interessant an Ich stottert Meinen Ohren ist es nicht in Gang dass ihr ein bisschen schwanziger geworden seid ist das richtig? Ein bisschen ist gut zu 80 Prozent Warum? Weil der Trend wieder kommt Ich habe es auch nicht gedacht vor drei Jahren Diese Kurve dahin geht immer mehr Das merkt man, wenn außerhalb Hamburgs Events durchgeführt werden Techno und Trends die laufen wieder richtig gut Das war drei, vier Jahre lang echt tot Aber an jeder Ecke Haus selbst bei Karlstadt in der Kantine hörst du Hausmusik das geht man langsam auf den Klicks Versucht ihr damit wieder das ältere Publikum dass es früher gehört hat wieder rein zu ziehen? Nee, die kriegt man wohl nicht mehr rein Das neue Publikum die ganz jungen Leute die mögen das wieder Und sicherlich bei einigen Events zum Beispiel einer der Technologie Nummer 9 da habe ich auch wieder Gary D. genommen Den habe ich bewusst genommen um auch die Älteren wieder darauf anzusprechen und das wird auch klappen Das wäre nebenbei gesagt am 31. Nee, Quatsch Tanzen im Mai im Schallwerk Hamburg Ex-Unit Kontor Was hast du da so aktuell an DJs? Arek ist ja nur öfters mal dabei gewesen Mike Hammer oder Mike Hammer oder wie man an der auch spricht Pierre Heiber dann Jules Phoenix Mike Micky Bär der sogar sehr beliebte das Schorgi seit zwei Jahren bei uns im Kontor und die ganze Trendsgemeinde eigentlich von der ganzen Ecke da oben die ganze Clique alles was den Namen genahmen hat wir haben auch Piet Blank und Jasper Dons im Mai und noch so einige Überraschungen wo ich noch nicht drüber reden darf weil das noch nicht spruchreist ist weil der Vertrag noch nicht existiert aber die Kontorleute sind sehr lieb zu uns wie der Jens Thiele und mit seinen ganzen namenhaften Dittstock Du hast ja schon rausblitzen lassen dass bald wieder eine neue kleine Scheibe auf den Markt kommt Das kleine Scheibchen ist schon seit einer Woche draußen Kontor 6 ist das glaube ich da ist ein großer Teil von unserem Club Renaissance mit bei das wird drin auch gut beschrieben und holen Dafür sind die Vorbestellungen schon sehr hoch gewesen habe ich gehört Ich habe da Zahlen gehört ich will hoffen dass das stimmt ja sehr hohe Zahlen Also verkauft sich richtig gut Ja aber Kontorleuf immer gut es ist in allen Städten Deutschlands sehr beliebter Club und Rekordfirma Achso Ja gut okay wir zeigen euch jetzt erstmal noch ein paar Bilder und sind dann gleich wieder da um Robby mal ein bisschen was über seine Vergangenheit zu fragen So Bevor wir gleich dazu kommen was denn in Zukunft geplant ist möchten wir mal ein bisschen in deiner Vergangenheit wühlen Da musst du mal lange wühlen Oh oh Seit wann machst du denn schon das Clubgeschäft in Hamburg? Ja so 176 76? Da fahrt ihr noch nicht mehr auf der Welt glaube ich Doch 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 Also Na gut aber ganz klein Und was hast du damals gemacht? Äh Meine allererste Party war eine Kirchenparty in St. Stephanus Kirche und das war so kriminell im Positiven Da haben wir nämlich nur 8 Mark Eintritt genommen Getränke frei Das mache ich nie wieder Die Tresen wurden so angedrückt von dem Publikum dass die Barkeeper sich nicht mehr bewegen konnten und wir haben trotzdem noch gutes Geld verdient Da habe ich mir gesagt Huch da kann man ja Partys machen in Hamburg Das hat die mir nicht dabei Berichte nochmal von ein paar Highlights von 76 bis zum Jahr 2000 Highlights Move Attack vor drei Jahren in Hamburg die größte Veranstaltung mit dem Partner Jens Rommel zusammen im Ex-Unit Die Giganten-Partys Die ganze Technologie-Reihe Ja Die Eröffnung von Mississippi Pool am April 1996 und 95 So sorry 1995 Da ging gar nichts mehr Auch wieder im Ex-Unit Und so einige böse Geschichten wo das Finanzamt jetzt gerne zuhört Also auf gut Deutsch man muss trotzdem noch aufpassen wenn man das Geld am Start vorbeischaufelt Da haben wir ja gute Vorbilder Da kommt bestimmt jetzt keiner mehr auf einen zu Nein Ich bin aber eh ein armes Schwein Sieht ihr ja Hättest du in der ganzen Zeit auch Leute ich sag mal die du selber jetzt persönlich gefördert hast beziehungsweise die du hochgepusht hast Das war einer wie die Frage habe ich sinngemäß jetzt nicht ganz verstanden zum Beispiel der DJ Martin den haben wir damals noch aus Martin Knabel gebucht und andere Veranstalter auch und leider ist er heute nicht mehr so gefragt aber erst persönlich netter kennen und andere Leute die wir auch so ein bisschen unterstützt haben wie Dishovi Wassef und etliche mehr Aber mit was für einer Musik bist du denn damals angefangen? Äh Classics Was heute Classics ist war damals normale Dancefloor so wie Donner Summer und YMCA und den ganzen Kram was teilweise noch aktuell war aber das war Partymusik und heute wollen wir uns jetzt ja alle wieder spielen Ne? Hm Ja große Partys von damals Technology hast du gerade angesprochen Giganten wie sind solche Dinge entstanden? Ich meine ich kann mir nicht vorstellen dass man sich dann einfach hinsetzt und sagt jetzt mache ich eine große Party dort sondern das wird ja irgendwann mal bestimmt in einem besoffenen Abend mit drei großen Veranstaltungen oder so anderen Leuten zusammen und dann sagt man wir machen jetzt eine Party dort Ja bei Giganten war ich nüchtern hinbeigesagt bei der Proklaring und da sind wir ein Team mit der Erfinder da bin ich ja gar nicht von Giganten bin ich das ist ein Freund von mir Andreas Hemph und da haben wir uns mal zusammengesessen und das alles durchgestaltet durchgeplant und das lief ja immer gut bis auf dieses Jahr da war es interne Probleme gab in einer Diskothek das wird also dieses Jahr flachfallen Tanz in dem Mai wird diesmal normal ohne in den Abend Giganten stattfinden im Schallwerk im La Cache im Konto und im Trex haben wir noch einen Laden vergessen? Stimmt Da wird also überall Tanz in dem Mai ganz normal stattfinden Ja leider auch mit so einem Bustransfer-Service oder wird die wissen wir noch nicht aber ich glaube das regnet sich nicht weil die die Busse waren letztes Mal ja doch die waren letztes Mal sehr voll aber wissen wir noch nicht kann ich noch nicht sagen so weit wie mit der Planung also auf jeden Fall wird alles trotzdem unter einem großen Namen stehen immerhin ja so wird es wohl enden ist ja noch lange hin soll sich ja gut tun Schallwerk sprichst du gerade an hast du damit viel zu tun oder? da habe ich zum Beispiel auch Tanz in dem Mai Technologie Nummer 10 und ab 1. April einen Technologie Club jeden 1. Samstag also weil Schallwerk ist ja das Ex-Unit wie vielleicht alle noch nicht wissen war sehr schlecht im Moment im Anker am Anfang des jetzt geht es nach oben radikal Studio 54 also und der Laden ist sehr hübsch muss ich sagen haben sie neu designt? ja teilweise ja also es ist einfach ein schöner Laden und war früher der Renner in Hamburg als es noch Unity ist leider haben die Betreiber waren ja irgendwie nicht fähig ist das Studio 54 auch unter deiner Nummer? nein das macht das Schallwerk selber und das ist eine schöne Sache ach so gut Technology was ist da raus geworden? ist ja auch schon irgendwie was ist ein Name was noch viele vielleicht in den Ohren haben von großen Partys aber die Nummer 9 findet im Heizhaus Parchim statt mit Paul von Dük das ist das bei uns Pulstreiber und wie sie alle heißen ach so die ganze Clique und das wird auch wieder der Renner in deiner Heizhaus im Verein das ist ein schöner Laden aber außerhalb in den Osten bitte? warum außerhalb? warum nicht bei uns? mach ich doch eine Woche später tanzen wir mal Nummer 10 hatte ich gerade gesagt ach so gut dann haben wir jetzt eine ganze Menge über deine Vergangenheit gehört jetzt wissen alle wahnsinnig viel wir zeigen euch jetzt nochmal ein paar schöne Bilder schaut euch die an und wir sind dann gleich dabei und Robby wird uns noch ein bisschen was erzählen was so richtig fett in Zukunft abgeht tja Robby wir haben nochmal in unserem Archiv gewühlt um etwas ähm Altes über dich auszugraben und das wollen wir uns einfach mal anschauen ich sag einfach mal Mats ab die ist ja Hooligan er ist ja schon länger im Geschäft hier er kennt ihn sicherlich schon ja ähm die erste Frage welche Stilrichtung legst du denn auf so? heute oder was? ähm also ne schlagern nicht obwohl Gelo Horn ist ja beim Grand Prix die Eurovision dabei da hat sich zumindest beworben dafür finde ich echt eine gute Sache ne ähm ich spiele auf jeden Fall kein Speed Garage jemand hat mir vorhin erzählt in Hamburg wäre letzt also letzte Zeit sehr viel Speed Garage irgendwie angesagt aber also ich denke ich spiele so progressive Sachen Elektro Techno Haus also was ich immer spiele wie lange bist du denn schön DJ? auflinkt durch jetzt zwölf Jahre das ist ja schon eine lange Zeit ähm wie bist du auf deinen Namen gekommen? was denkst du? na Hooligan also in erster Linie klingt Hooligan ja mal so richtig doof also so ein bescheueter Name den hört man einmal und den vergisst man so schnell nicht wieder und also am ersten Mal hören ist er drin im Kopf und darüber hinaus bin ich ja großer Fußballfan und irgendwie mir Freunde den Namen mal gegeben DJ Hooligan und seitdem bin ich der Hooligan ich hab noch einen anderen Spielnamen Schröder Schröder kommt daher weil der kennst du den der immer Piano spielt bei den Peanuts? ja Peanuts, Snoopy und Charlie Brown genau das ist der Schröder und irgendwie mich meine Freundin Schröder getaucht ja wie alt bist du denn? 29 aber ich fühle mich wie 22 wie viel Geld gibst du ungefähr für deine Platten im Monat auch so? also es ist immer unterschiedlich ich gehe eigentlich einmal normalerweise einmal pro Woche Platten kaufen manchmal komme ich nicht dazu ähm also es ist nie ein Festbetrag wie ich Platten kaufe manchmal sind gute Platten da manchmal höre ich auch 30 Platten im Plattenladen davon nehme ich nur zwei mit also kann man nie sagen wie viel Geld ich im Prinzip ausgebe hast du da irgendwelche Platten lehnen in denen du besonders gerne kaufst oder in Deutschland verteilt oder Hamburg nur oder ne Hamburg eigentlich nie also ich bin ähm meine Homebase also es ist ja Ruhrgebiet und wenn ich Platten kaufen gehe ist es bei Importen in Essen und wenn ich dann eben für auswärts bin gehe ich sehr auf den München einkaufen im Record Store äh das sind eigentlich so die einzigsten beiden Läden wo ich eigentlich kaufen gehe also am meisten gehe ich natürlich in Essen kaufen ja Robby das waren Aufnahmen von 1997 und du hast dich ja sehr gut bei dem Interview amüsiert du himmst ja nur schmunzelt in der Ecke kannst du dich daran noch erinnern? ja so ganz schmach da hatte ich seinen Sitzen und Hooligan auch er hat ja eh Müll geredet aber er ist sonst nicht der Kerl gewesen hat sein Alter geschwindelt das Schweinchen wie alt ist er denn wirklich gewesen damals? äh ich glaube 33 irgend so was 32, 33 und ich musste immer lachen ja weiß ich auch nicht ich weiß nicht warum es war einfach ein witziger Abend und es ist eine schöne Zeit gewesen drei Jahre ist eine lange Zeit in der Szene in der heutigen Zeit er wollte nicht freiwillig zum Interview, ne? nee ich habe ihn ein paar Mal hintergetreten das stimmt immer geschubst und so komm Alter jetzt gehen die Jungs brauchen das das ist auch gut so oder nicht? war er immer ein bekannter Mann immerhin so eine Art Star unter den DJs muss ich sagen damals heute ist 2000 da hört man ihn gar nicht mehr schade so wie andere Namen Martinke das war aber auch noch das alte Kontor gewesen wo wir damals gefühlt haben im Wippraum war das oben ja das war ja es gab ja nur einen Raum es gab keinen unten zu der Zeit im alten in der Altstädter Straße und oben war ja der Wippraum der ja immer belegt war mit so Leuten wie mich und ihr und die DJs und den haben wir abgeschafft und das finde ich auch gut so der ganze Laden ist jetzt Wipp weinst du denn der alten Location hinterher oder ist das jetzt ne, ne, ne wein ich nicht hinterher die alte Location ist eindeutig schön gewesen aber der neue Laden ist heute top in meinen Augen in Hamburg Nummer 1 ohne jemanden zu bevorteilen es ist einfach ein schöner Laden geworden sonst würdest du da nicht deine Freunde ne, das hat da nichts mit zu tun also der Laden ist einfach schön auch wenn ich nicht drin wäre ich habe auch immer gesagt damals Ex-Unit es war ein super schöner Laden auch wo ich da nicht drin war ne gewisse Zeit muss man zu stehen ne aber was soll's schönes Interview von Hologien gewesen muss ich sagen wie du hast erzählt du hast unseren Mac da immer ein bisschen geneckt ne den kleinen der uns das Interview gemacht hat ach ja mich Bubi Sven ja ja klar weil er irgendwie noch so ein bisschen jung war gerade aus dem Windeln entwachsen und dann interviewt das hat mich so geschockt Leute werden immer jünger und dann hat mir einer gesagt nee nee Robbi du bist mehr älter leider war's wohl so kein Kompliment ohne Kommentar aber wie du siehst du bist derjenige der sich gehalten hat ich bin noch lange gehalten warte mal hast du eigentlich vor irgendwann in Rente zu gehen einfach zu sagen jetzt ist Schluss wenn die Rente die Summe stimmt ja aber ich krieg ja wohl keine Rente ich hab irgendwie auch nie eingezahlt